ja ja ganz ruhig lobby also du brauchst jetzt nicht schuldigung dass ich jetzt nicht den das ist das jetzt nicht ganz seit dem chat im auge habe aber macht in ruhe lobby also machen das was wir können ich glaube man kann auch raubzug so durchspielen ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher aber wir gucken mal so wie trock wird starten du machst du schickst mir eine einladung ja soll ich ja machen wir machen wir das hier eigentlich ja da würde ich wieder sagen weil die runden gehen eigentlich ziemlich schnell obwohl naja wenn man nachher ein bisschen drin ist in der materie aber ich würde sagen best of seven also 4 zu 0 oder wer als erstes gewinnt okay weil die runde gehen eigentlich schon ziemlich schnell vorbei wie ging das denn noch mal überhaupt ja also du hast einen ps3 kontrolle ich glaube ich habe mir im verschlug mit x war springen ja und mit vier glaube ich ist schlagen messen messen also du hattest mir schon eine einladung geschickt ja gut ich bin orange oder mal kurz noch mal ein dort du bist gelb oder wir sehen dass beide verkehrt von der seite her aber bei mir bin ich orange ja ich bin gelb kleiner sack na du nein was ist das denn ach scheiße ich sehe ich schon kommen das fände ich auch noch nimmt das besser auf wie nimmt er das besser auf wieso bin ich sowieso bin ich da hinten hier gespawnt weil ich weiter er auf wegzulaufen wieso ich muss da hin in die richtung du ja genauso ach verdammt nein er hält schon wieder oben ist ach du das ist immer an diesem scheiß teil nein ja töte dich haha du hast das besser weggeschmissen ja ich weiß nein bleib da hinten nein er hat gleich die sieger dinge nein springer unter und hoch nein ja scheiße 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 ist gleich durch nein oh das ist doch fuck off final screen hier nein der hat es auch noch geschafft der wichse oh nein 1-0 ups was da mies ich will nicht verlieren los da ben's hype hashtag nothing was bin hype so was ist hier los ready alter ja 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 Ich geh nicht nach links nach rechts Muscheln Kannst vergessen Ah, jetzt hab ich Na komm Nee, ich glaub Ich glaub das gilt immer wenn Bis der erste getötet wurde Ja, jetzt geht das jetzt Ah, natürlich Nein, nein, nein Ah, ich hab ihn noch ausgetrickst gehabt Los, lauf, lauf Was ist das denn? Ah, du Arsch, Alter Ich war schon im Screenback, weißt du Stirb doch, Alter Ja, natürlich Ja, natürlich die Eigeweide Ausreißen Das sind ja hier die Arsch Hui Aua äh, nur hab ich das ein Messer doch auf neiiiin ach hör doch auf Junge jetzt sind wir wieder am Anfangs-Screen ey das macht doch scheiße kein Spaß hier so so ah scheiße ach wie kann ich denn hier das aufnehmen? alter und drücken einfach nur drücken ja toll nein das ist so ne scheiße hey ich will das wieso schmeißt du immer das messe ja natürlich alter voll reingelaufen was ist das ja natürlich im hochschirm macht er ich glaube ich spinne mit zur td ja warte 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 wenn du weiterläufst das ach ich schmeiße gleich den controller weg alter wenn das hier so weiter geht ah scheiße ne komm hoch hehehe äh ah verdammt das ist doch scheiße wir müssen doch gerade den sprung kick machen bitte ja natürlich und jetzt pariert er und dann boah vielleicht Tourette alter neee falsch ah scheiße das ist doch ich will auch wissen wie man das ding schmeißt das ist doch muss einfach drauf bleiben auf der auf der taste auf der fechten taste ach quatsch so macht man es natürlich nicht was ist das ja genau so So, jetzt hier. Halt doch mal die Fresse. Halt doch mal die Fresse, Junge. Was ist denn das? Ach du Penner, Alter. Das ist echt das Rekord des Jahres. Nein, natürlich. Er hält sich fest. Prinz Eisenhäß. En garde. Bei mir lässt das mal sofort los, das Scheißmesser, Alter. Hast du eigentlich die bessere Parade... Wieso parierst du besser als ich? Ja, natürlich. Jetzt hatte ich einen Lag. Oh ja, jetzt hat er auch schon... Nein, 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 nein. Hib auf, hib auf. EIJA! Das ist doch scheiße. Wieso ist er jetzt wieder? Ich war doch wieder an dem linken Screen dran. Das ist so eine Scheißgame, Alter. Das kannst du gar nicht antasten. Wie scheiße das ist hier. Du wolltest das spielen, Dicke. Ja, ja. Na, weil ich halt gedacht habe, dass ich es irgendwie halbwegs noch drauf hätte, aber... Du, hör auf! Ja, das ist schön, Lobby, dass du dich der Klassen... Es geht hier aber gerade um Ruhm und Ehre. Ja, du, wer, 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 wer... Nein, du, Ficke! Oh, natürlich, Alter, musst du einen mit dem Schwert schmeißen. Kriegt der nicht mehr anders hin, ne? Wie denn? Ja, komm, Alter! Äh, äh, äh? Durch den... Zurück, zurück! Ich hab kein Messer! Ich hab schon... Nein! Ich bin wieder eingefallen. Ähm, ich glaube, dass mit dem Best of Seven irgendwie... Ich glaube, das kriegen wir nicht gepacken, ne? Das... Die Runde ist ja schon so lang hier. Oh, Gott, Alter. Weil, wir sind jetzt wie im Ausgangsbildschirm, ne? Ja, 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 ich weiß. Ja, ey, Alter! Das ist ja nicht mal ein Ninja-Movs, hier. Äh, diesmal hat er Screen-Winzen nichts gegen mich. Oh, Gott. So, jetzt lassen mich den Scheiß endlich gewinnen, hier. Final Screen. Alter! Ich drück doch diese Scheiße! 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 Ja, ey, komm, Alter! Was soll denn... Nein! Ja, 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 eins, eins, eins. Oh, ich brauch erst mal einen Schluck aus der Pulle. Ey, ich muss mein Trikot ausziehen. Ich schwitz, Alter. Ja, Michael, das geht hier auch, ne? Um Ehre, um Prestige. Und hast du nicht gesehen. Da, glaub ich, kann man auch mal ein bisschen lauter werden. Oh, nee. Und das ist erst mal 1 zu 1. Das heißt, äh, wir müssen jetzt jeder nochmal irgendwie 2 gewinnen. Oh, mein Gott, das würde... Ich muss erst mal kurz eine rauchen, Alter. Ja, ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Kannst du aber kurz die Pause-Screen oder sowas laden lassen. Nee, nee, nee. Nee, das ist einfach mal. Oder das will das einfach an, genau. Obwohl, doch, kann ich was machen, dann, ähm, sieht man noch mal den... Genau, sieht man auch mal den neuen Planeten. Der zerbröselt, wenn das hier heute Abend gelaufen ist. Aber du kannst ja, äh, wir können ja trotzdem weiter drüber quatschen, ne? Oh Gott, wie. Alter, Falter, Mann. Das war echt so ein Rage-Game, Alter, echt so. Vor allen Dingen, wenn es um was geht, so weißt du, wenn... Ja, ja, klar, es ist halt Ehre, ne? Keiner will verlieren. Ja. Und ich will ja auch hoffen, dass wir halt, äh, das auch so schaffen, halt, ne? Mit dem gegenseitig Ausgleichen, halt, jeder hat seine zwei Spiele gewonnen, dass wir dann halt noch GTA machen. Ja. Obwohl, ja, was, äh, wir müssen jetzt entscheiden. Entweder sagen wir... Ach, wir können ja auch trotzdem weiter, wir können ja auch trotzdem weiter. Da wird halt die Humiliation halt noch größer für den Verlierer. Das ist auch immer so, wenn du jetzt dati gewinnst und dann auch noch, äh, Quake oder sowas gewinnst, ähm, ist der sowieso schon für mich gelaufen im Endeffekt. Äh, mir ist wohl schwerer das machen. Das sagst du, du bist heute der Channel-Leiter. Naja, ich meinte jetzt allein jetzt wegen Needhork, ob wir das jetzt wirklich beim Best of Free lassen oder Best of Five. Ja, das ist bei Best of Free, weil es ist jetzt 1 zu 1, weißt du, wie lange wir eben für den einen Scheiß gebraucht haben? Ich meine, wir können, okay, können wir auch Best of Five, also dann muss halt jeder 3-Runden gewinnen, aber... Die Community entscheidet, Best of Free oder Best of Five. Was, was sagt ihr? Also soll, soll derjenige 3-mal gewinnen oder 4-mal gewinnen, der jetzt das Match für sich entscheidet? Oder hab ich das gerade richtig erklärt? Ich weiß es nicht. Ja, hast du. Ja, 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 ja. Boah, ich muss mal hier, das vibrieren, geht mal hier ganz schön auf den Sack. Vibrieren? Ja. Setz dich auf den Controller drauf, mein Schatz. Ne, ne, nicht, äh, vom Controller, vom Handy, die ganze Zeit, die schreiben in der Dömeraner-Gruppe, dann wollen sich die ganzen Dömeraner mal jetzt wieder alle treffen. Und da wird gerade nach dem, ähm, 3? Echt? Da muss ich mich ja jetzt gleich richtig anstrengen. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal auf Klo. Ich muss schon wieder pinkeln. Ich wollte nie... Ey, Strippies kam sofort an. Weißt du? Joel Cocker. Ich glaube, der heißt Joko Cocker, aber dann ist es schlimm. Ich weiß, wer ich jetzt lieb, du meinst. Das hat so auch irgendwie bei... You can leave me head on. You can leave your head on. Genau. Das gab es, glaube ich, auch bei neuneinhalb Wochen, wo er hieß, diese erotik-scheiß-Streifen mit Cam Basinger oder so. Ach, was du nicht alles weißt. Naja, komm, was man als kleine Schneppke so, äh, äh... Hauptsache, irgendwie mal eine Brust sehen oder so, ne? Äh, Sheryl Stone, du Basic Instinct. Und auch neuneinhalb Wochen, das war so... Da war ich halt klein, weißt du? Das waren so meine ersten Berührungen mit Erotik. Ja, ja, deswegen fragen wir ja, Michael, ob wir Best of Three zocken sollen. Also jetzt noch eine Runde und der, der eben halt gewinnt hat, das Spiel gewonnen. Oder wir zocken Best of Five. Dann hat derjenige gewonnen, der als erstes drei hat. Drei Runden. Entweder zwei Siege oder Siege, muss der jeweilige haben. Ja. Das habe ich es vorhin doch falsch erklärt. Dankeschön, dass du hier als einziger noch auf der Höhe bist, weil ich habe mal gerade so alles, alles auch von der Seele geschrien. Man hat es gehört, also ich habe dich ewig schon nicht mehr so schreien hören, also... Naja, weil, weißt du, es ist ja auch so, du musst ja mal so sehen, ne? Meine Moral ist jetzt schon down nach CSGO und dann noch das Spiel, was ich mir eigentlich ausgesucht habe. Dominierst du jetzt auch noch, oder was? Naja, dominieren... Naja, aber es ist also, das ist die erste Runde, als ich ging, da habe ich echt schon... Geschwitzt. Ja, genau. Ich schwitze auch so hier, weil es ist immer noch gefühlte 35 Grad sind. Ich hoffe bloß nicht, dass meine Nachbarn irgendwie gleich nachher klopfen, wenn ich hier den Rage-Modus noch so weit raus habe. Achso, stimmt, ich muss ja auch ruhiger bleiben. Ups. So, ich bin kurz auf Klo, ich bin gleich wieder da und dann machen wir weiter. Okay, fünf los, gut, dann machen wir. Dass jeder von uns noch zwei Matches gewinnen muss, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das durchhalte. Ihr müsst nachher einen Krankenwagen rufen, wenn ich das nicht mehr durchhalte. Seht ihr das echt? 100 Millisekunden da? Input Delay, 83 Millisekunden. Ist auch kein Wunder, dass ich hier lose, dass so viel Delay ist. Ähm. Jetzt musst du aber auch mit mir Deutsch sprechen, Michael. Es war Hakenlecker. Ja, genau. Ein Problem, BDL. So sieht das aus. Ja, ich habe auch Vertrauen in mich, glaube ich. Ich bin mir nur manchmal nicht so sicher. Ach, Mann. Das zweite Bier ist auch gleich schon wieder alle, ey. Meine Fresse, ey. Irgendwie hat man das so gefühlt. Ich weiß ja nicht, ob es bei euch genauso heißt, wie bei uns gerade in Berlin. Also wir hatten heute schon wieder die 37 Grad. Das war richtig wieder ätzend. Und irgendwie, ich bin nur am Trinken den ganzen Tag. Ich habe auch nur Wasser, Eis zu mir genommen irgendwie. Ja, den ganzen Tag. Ich habe nichts gegessen. Kein, naja, doch Frühstück, glaube ich. Habe ich eine halbe Toastscheibe oder so drunter gekriegt. Aber irgendwie, das war heute schon wieder so ein Tag. So, ich bin wieder da. Ja, ich erzähle gerade einen Spank aus meinem Leben. Ach so. Was war denn heute wieder? Ja, war heiß. Ich habe gerade, wie der Tag mir zugesetzt hat. Heute schon wieder. Ach so. Wegen den 37 Grad, die wir momentan immer noch in Berlin haben. Und das wird wahrscheinlich auch noch bis Samstag so weitergehen. Ja. So, das ist das Schöne an der Ostsee, Alter. Oh, ich hätte jetzt auch gern 25, ey. 25 Grad, das wäre mal wieder schön. Bist du rausgegangen? Ähm. Ich kann noch ready. Ah. Okay. Warte, warte, warte. Ich habe noch. Ich muss noch Auro. Ach so. Äh. Wir haben uns ja beide eine angezündet. Warte, ich mache jetzt kurz aus. Wie, du schmeißt die jetzt. Nein, nicht schmeißen. Okay. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Oh, in der Ruhe liegt gerade. Kraft. Spüre den Zorn. Ach Gott. Ja, natürlich, Alter. Matsch da alles raus aus dem... Ja. Ja, jetzt hat er so... Ach, komm, fick die Henne, Alter. Ach, Alter, Andi. Was denn? Ich habe es jetzt nicht raus. Ach, natürlich. Wollte ich... in die Versenkung gehen. Ja, ach, Mann. Ja, nein, nein, nimm auf. Nimm auf. Ja, ach, du. Ach, natürlich. Ach, nein, 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 nein. Ach, was ist denn das? Bin ich da auf der rechten Seite bespawn? Eh, auf der linken... Auf der linken? Ähm... Ey! Du kleiner Roden-Sack! Willkommen schlägt man nicht, Mensch! Ach! Was machst du denn? Was machst du denn über die ganze Zeit? Wieso? Du warst die ganze Zeit bewaffnet, ja? Ey, du kleiner Roden-Sack. Ey! Alter, ich hab das gar nicht gesehen! Na, komm! Ach, Scheiße, Alter. Was hast du gar nicht gesehen? Dann hast du mich eben abgekriegt. Ach, Mann! Ja, vor allen Dingen, da spawnt er gleich wieder. Was machst du denn hier? Manchmal sind das 10 Sekunden, manchmal 20. Los, hier! Unlauterer Wettbewerb! Boah, leckt! Ey, jetzt leckt es! Ja, bei mir auch. Nun bleibt doch mal stehen, Alter! Blöder Horst. Du machst und bringst das hier zum Lecken. Ja, ich schon wieder, vor allen Dingen. Nein, ich hab doch extra abgewartet! Boah, ich hab dich doch eben gehabt! Das ist ein Glitch! Das ist ein Glitch! Kannste sein, was du willst? Das ist voll unfair! Guck mal, da leckt das schon wieder! Und ich hab wieder mein Schwer vergessen! Boah! Du kleiner Hohnsack! Jetzt hast du wieder den Delay-Vorteil irgendwie, hab ich so das Gefühl. Das wechselt hier, der Delay-Vorteil irgendwie. Von User zu User, ne? Komm her, komm her! Oh! Ja, du kleiner Homo, Alter! Komm runter! Nein! Oh, runter! Mann! Nein, jetzt ist er gleich am Endscreen! Scheiße, scheiße, scheiße! Ja! Nein! Was war das denn? Haben wir uns beide hinten nach unten? Nein! Oh, jetzt hat er es geschafft! Scheiße! Nur ein Schocks! Nein, scheiße! Ah! Haben wir die... Haben wir am... Lecken! Was ist das denn? Ich hab doch zuerst geschlitzt! Nein! Ach, Mann! Jetzt fletscht er mich auf! Ja, ist richtig! Ich hab doch ne Powerbomb eben bei ihm gemacht! Nein, 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 nein! Ja! Orgarde! Orgarde! Flatsch! Scheiße, scheiße, scheiße! Ja, Mann! Ach, Mann! Sorry, Leute, aber... Guck dir das an, halt, ihr hier mit Latency 250 stand da, ihr weißt? Also, wenn hier eine in Kack host ist, dann bist du das heute, Mann! Tut mir leid! Boah, Alter! Warum hab ich so'n hohen Ping? Vielleicht, weil der Stream noch nebenbei mitläuft? Ich weiß es nicht, wegen dem Upload, ja, könnte möglich sein. Aber ich glaube, wenn wir es andersrum machen, ist es genau so, weil Upload ist ja Upload bei dir, ne? Ähm... Ja, meine Latenz würde auch dann in den Keller gehen, aber... Ja, aber guck mal, dein... die pusht auch immer andauernd hoch, ne? Naja, aber... Egal! Ich mach jetzt einfach, wenn ich verliere, dann ist es halt so. So, warte, ne, ich muss mir noch hier... Äh, ich muss auch noch einen Schluck auf der Folder nehmen. Ah... Mann, 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 Mann! So, was sagen die Zuschauer? Wie, was sagen die Zuschauer? WTF ein Time-out für Facepalm? Und für David 15 Minuten wegen... Roten Sack und du Homo! Ja, Entschuldigung, da gehen natürlich immer die Pferde mit mir durch! Ach, ja... Ich bin schon froh, dass heute das Wort Huren so noch nicht gefallen ist. Glaube ich zumindest nicht. Hab ich das gesagt? Nein! Nein, 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 ich kenn das aber von mir halt, dass das dann richtig zur Sache geht bei mir. Vokabulartechnisch. Boah, Hammer am Lecken, Alter. Warte mal, das ist so unspielbar. Lass mal kurz das Spiel neu starten. Meinst du, das hilft? Ja. Entschuldigung, ähm, das wir jetzt einmal kurz beenden, aber das geht nicht. Also wir wollen ja, wir wollen ja zumindest, ne, wettkampfsfähige Voraussetzungen schaffen. Mach du mal ein Spiel auf, Andi, bitte. Ja? Okay, also Multiplayer, ne, war das? Ja. So, dann, äh, Online versus, ne? Ja, und dann, siehst du, müsstest du da irgendwo dann meinen Namen stehen haben. Waiting for a place to accept matchmaking. Äh, ja, da Ben. Aber mein Dings baut sich auch so komisch auf. Mein Overlay. Mein Dings? Mein Dings? Ist Overlay. Äh, also ich, also, ich hätte ja heute gedacht, bei mir, äh, geht der Rechner irgendwie in, äh, in die Knie, aufgrund der Tatsache. Das, äh, das, das, das hier, mein, äh, das hier zu heiß ist einfach für'n Rechner. Also wirklich, besser ist es auch nicht, ne? Achso, jetzt bist du, ja, na gut. Ja, jetzt bin ich sehr geil, ja. Ja, natürlich. Du kleine Arsch. Nein! Das finde ich auch so unfair, weißt? Was denn? Das, das tut mir sofort gleich wieder spawnen. Weißt, bei mir dauert das, haben wir ja 80 Sekunden und du bist sofort wieder da. Oh, Alter, da sammelt der noch ein Schwert auf was. Ja, der noch alles Schwert gehabt. Oh, scheiße, jetzt war ich kurz unkonzentriert. Äh, äh, und vor allem, jetzt steht jetzt auch schon wieder mit einem Lecken los. Ja. Ja, es ist irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, das ist halt ein 8-Bit-Prühler. Was das, äh, das braucht doch gar nicht viel eigentlich normalerweise. Nein! Weibst du hier? Ach. Natürlich, er macht die Tür auf und ich sterbe. Oh, schon wieder Monster-Lag. Oh. Ach, natürlich. Ach, reißt er mir ja alles raus, Alter. Ach, natürlich, Alter. Ach. Ach, ich siehs, wir kommen wieder nicht über den Anfangsscreen hinweg. Nein! Falsches Timing. So, letzte Runde, ne, übrigens. Ah, nein! Nein! Scheiße! Oh, das ist doch Kotze. Kotze vor dem Herrn. Ach, Mann! Ach, nein! Ach, Mann! Na, komm runter hier. Na, komm! Ach, scheiße! Oh, ich darf nicht so laut sein. Nein! Ja, ich musste, ich wollte jetzt das... Ich hätte auch... Ach, scheiße. Echt. Ah, fuck, Alter. Oh, natürlich, Alter! Du hast immer so'n... immer so'n Luck, Alter, mit deinen Würfen nach. Das ist Luck, Alter, das ist Können. Ich bin Meister der vier Tigerkrallen, Alter. Du musst ja... Ah, hast kein... Ah, jetzt hast du doch wieder Messer! Scheiße! Hab schon mich, äh... Ach... Ach... Ach, nein, Mann! Ach, hör doch auf, immer deine komische Judo-Drehrolle da zu machen. Ja, dafür hab ich ja hier immer die Probleme an dem Scheiß, äh, äh, Dingsbums. Ja, ich hab Zeit! Ach, natürlich, Alter! Nein! Komm, komm! Ach, nein! Ach, Mann, nun. Ist immer so, ich schaff das nicht über diese Doppeldings drüber. Sind wir wieder am Ende-Screen hier. Oh, am Anfang-Screen ist auch super. Ach, komm, Alter! Ach, fick die Henne! Ach, fick die Henne! Wie soll ich immer die Henne fick'n? Äh, das ist doch echt... Nein, was? Nein! Nein! Guck, das mein ich! Du spawnst immer sofort wieder! Was ist denn das? Und jetzt ist er schon am Final-Screen, Alter! Nein, 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 nein! Nein, ne Chance noch! Nein, ich hab's nicht! Nein, er hat gewonnen! Nein! Jaaaa! Jaaaa! Nein! Jaaaa! 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 Geht an Führung, Junge! Puh! Scheiße! Ich bin eingeschnappt jetzt! So ein dämliges Game, Alter! Oh, Mann, ey! Du hast es, du hast es ja alles gesucht! Du hast ja auch nicht so viele Games, das wär das Schlimme! Achja, halt, komm, jetzt geht das wieder so! Naja, wenn ich wirklich meine Favorites anmachen würde, dann würdest du gar keine Schock sehen! Gut, gut, nee, ist alles gut! Ey, also, wenn ich eins kann, dann verliere! Jaaaa! Auch wenn ich mich darüber aufrege! Aber, äh, ja, du warst der Bessere! So! Jajajaja! Jetzt bist du auch wieder auch noch auf seiner Seite, weißt du, Lowie! Das haben wir aber nicht so ausgemacht! Ich dachte, das Bröselkottchen bist du, bist du, bist du unparteiisch! Hä, das sagte schon das Bröselkottchen! Dass sie nicht parteiisch sein kann! So! Ne, das war jetzt falsch! Egal!